Moin liebe VfL-Fans, wir sind Jula und Niklas von der Grundstücksgeldschaft Trave. Wir sind im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zur Immobilienkauffrau bzw. zum Immobilienkauffrau. In unserer Freizeit sind wir beide sehr sportbegeistert. Daher freuen wir uns umso mehr, dass die Trave Sponsor von VfL Wieberg Schwartow ist. Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen der Hansestadt Lübeck und wir versorgen, egal ob jung, alt, große oder kleine Familien mit der richtigen Wohnung und der richtigen Ausstattung. Die Trave gibt es schon seit 1928, das heißt wir als Unternehmen sind schon ganz schön alt. Wir Azubis hingegen sind die jüngsten der fast 100 Kolleginnen und Kollegen. Heute habt ihr die Chance ein Trikot vom VfL Wieberg Schwartow zu gewinnen und eine Trave Überraschungstüte. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einfach die folgende Frage zu beantworten. Wer ist der jüngste Spieler des VfL Wieberg Schwartow? Schreib deine Antwort auf die Frage einfach unten in die Kommentare. Wir wünschen dir viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!